so willkommen beim tutorial hier haben wir einen klassischen angriff von einer ausraubarmee unterscheidet sich natürlich von erheblichen anderen brechern eine ausraubarmee kämpft so lange bis sie etwas ausgeraut hat da habt ihr oben rechts in eurem spielbildschirm eine zeit die abläuft die kann je nachdem wie weit das gewerbe vom jeweiligen spieler gespielt ist und sie länger dauern so hier haben wir natürlich eine klassische aufstellung die pieken hat er unten rechts zentriert auf die mitte des spielers so dass sie bis zum baufeld durchschießen können das machen wir so als eine erhebliche konzentration auf die türme gibt vor allem auf die vordersten firme und somit nicht alle kreuz und quer schießen und das ewig dauert bis was durch ist sondern sich die katapulte so ausgerichtet auf ein zentrum konzentrieren und darauf schießen was bedeutet dass die türme und in diesem fall schnell weg sind hier haben wir eine klassische rapax was man daran sieht dass auch diese wassergräben gezogen hat und natürlich türme die wassergräbe hindern unseren vormarsch an pieken hier haben wir natürlich eine erhebliche summe am pieken mitgeschickt was uns den vorteil schafft dass wir schneller buddeln können und auch länger dabei sind hier sieht man jetzt über das ausrauben erfolgreich die truppen laufen zurück es wird erst beendet sobald die letzte trupp der letzte trupp dessen bildschirmrand verlassen hat in der zeit wird sich nicht verteidigt sie kann einfach raus hier sieht man natürlich auch jetzt wie schon aufgeschossen worden ist ein kleines v so wie sich so wie es sich gehört es gibt auch die variante dass man über die ecken kommt und die ganzen ecken weg schießt damit die wachstuben wechseln keine neuen truppen positionieren kann das ist eigentlich selbst überlassen wir bevorzugen den direkten weg rein weil der direkte weg führt zum schnellen erfolg so hier sehen wir es noch einmal auch truppen marschieren sehen hier konzentrieren uns mal ein bisschen aus dem ausfall hier kommt der ausfall das ist der grund weswegen wir unsere truppen hier unten zu sehen am unteren rechten linken fleck jeweils an den ecken größere menge von bogenschützen positionieren hier sieht man das oben auch noch mal diese sorgen für das aufhalten des ausfalls damit unsere bogen damit unsere katapulte nicht so schnell zerstört werden wie man hier sieht kommt hier noch eine ausfall es gibt insgesamt vier mal den ausfall je nachdem wie es gespielt worden ist kommen unterschiedliche menge an reitern raus und je nachdem ob die karte gespielt worden ist oder nicht so hier sieht man schon mal der ausfall ist hier stark genug die truppen wurden sehr stark dezimiert so konnte einrauter durchkommen und sich um die katapulte kümmern auch hier wurde nur die ersten zwei reihen der türme zerstört schon das allein würde ein schleifer ausreichen um mit den restlichen zwei türen abrechnen zu können und schickt dann nochmal 40 katapulte mit 40 bis 60 katapulte dann sollte auch durch sein hier ist auch wieder eine erhebliche menge an piken mit ja was positiv ist für die wassergräben und die wassergräben zu zerstören ja dasselbe aufstehen prinzip wie hier kann man an jeder ecke übrigens anwenden und gilt auch für gemeinden sieht man auch der ist ja die bogenschützen gut positioniert hat und die selbst im inneren ring noch verteidigen können was ein positiv ist gerade wenn man schleifen möchte hat man es am liebsten ziemlich einfach jeder auch den borgfried vollgestellt das heißt wenn man durch ist müsste man noch den bankfried clean das heißt entweder man schicken in den piken mit das ist wird ein längerer kampf oder man schickt noch ein paar hauptmänner mit wenn man die taktiken erforscht hat und kann mit pfeilhagel dort verlieren so hier haben wir jetzt noch ein bericht findet hier ein bisschen anders an weil wir unten nämlich den aus den das bauern doch haben was ich noch nicht ganz gezeigt habe das bauern doch greift ja von hinten die katapulte an deswegen wir hier bogenschützen positioniert hatten hinten beim ausfall die jetzt erst vorlaufen nachdem hinten die sich erst um das bauernloch gekümmert haben